Ich bin einfach von dem alten Problem, die ich bin nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt, sondern ich bin nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt, sondern ich bin nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt. Und offensichtlich sind sie auch in einer besonderen athletischen Verfassung. Scott Perry, das ist der Athletik-Trainer. Interessanterweise übrigens ein Mitarbeiter, der hat das große Hinweis, die gewollt haben, hat Vertreter zu nehmen.